Ich bin eine Nutte. So, jetzt hast du auch mal was. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Daniel und ich haben Gentleman Dispute gespielt. Da spielen wir zwei Gentlemans und wir müssen uns gegenseitig die Hüte vom Kopf schlagen. Und wer da gewonnen hat, seht ihr jetzt. So, meine Damen und Herren. Los geht's. So, okay. Ich mag nicht mehr. Du musst trinken. Scheitennippel! Ja, nee! Was sind Scheitennippel? Was für Nippel? Muschi fotzen Vagina-Nippel. Einen Muschi. Vagina fotzen Scheitern. Warte mal kurz, wenn ich so viel lache, dann kriegt mein Gehirn keine Luft. Oh! Das ist aber beide gleich. Double-Hit-Biatsch. Das war gleich. Geh. Nein. Oh, nein! Oh! 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 Das wollte ich nicht. Ich bin in Ratsch. Bist du? Das war kurz vor. Das war ein... Wir könnten Zweck nehmen. Oh, nee! Ich finde gut, dass man seinen Hut nicht verliert. Ja! 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 Wahrscheinlich, oder? Ich muss mich ja hier mal... Man kommt da nicht raus, gell? Moment, das... Ja! Du hast gesagt, Moment, das... Ja! Darf ich nicht reden, Moment sagen jetzt? Wenn du ein Moment sagst und ich sage, dann... Moment, wir haben keine Pause ausgemacht. Oh! Hehehehe! Yes! Das bin ich übrigens! Uuuuh! Der im Arsch ist! Trink! Hallo! Ich vergesse es nicht! An ihm nimmt das bei dir an! Ja! Weil ich bei dem Ding so abgezogen wurde! Bei Battleblock, das liegt mir immer noch im Manga! Oh! Das ist doch beschissen! So! Kann man die nicht einfach nur einsammeln und dann hat man die und dann... Wird man in Ruhe gelassen! Das sind wieder ganz andere Formen an! Das ist so nicht gedacht! Ich verliere ungern gegen sie! Achso! Gibt es nicht mehr Modis oder so? Nee! Geil! Das war ja leicht! Waaan! Das war ja einfach! Das war ja easy! Das war ja easy jetzt! Hätte ich ja nicht mal meine Elektro-Gun rausholen müssen! Musst du nicht mal meinen Elektro-Schocker auspacken! Oh! Oh! Nutten-Johnny! Oh! Nein! Ja! Ich bin Resch! Halt die Fresse! 3-1 Fotze! Jau-Jau-Jau-Jau-Jau-Jau-Jau! Oh! Der war zweimal getroppt! Killermove! Bitte wer?! Ja! Ich... jahrelange erfahrung aber ich habe gewonnen fix wichser schmuck ich bin raus anal gesext schwarz manchmal kann man jemand auf den körper vom hut weg haben knibbel die knobel die ein johann hättet gut verweg mache nicht natürlich hat man kann das nicht ja auch die knutte und die uni Oh Gott. Schnauze. Alter, bricht dir die Fresse. Das ist ein Engelskollbrief. Geil. Weiter. Toll. Spawn Camper. Jetzt. Oh, Muschi. Oh, Muschi. Du willst doch nicht so wörter. Yes. Was? Muschi. Was? Weiter. Oh nein. Was? Boah, ich komme gleich. Nicht mehr klar. Oh, komm, komm. Oh, ich komme gleich. Oh, komm, komm. Magic Bone. Toll. Was? Magic Bone. Oh, ich könnte mich ficken, Alter. Ich würde mich eigentlich selbst ficken, Alter. Ich würde mich eigentlich selbst ficken, Alter. Ja, was? Oh, yes. Jetzt. Pixel. Nein! Was? Nein, was? Muschi wollte es sein. Ich muss nur rösten. Was ist daran lustig? Was ist daran lustig? Was ist daran lustig? Trink doch einfach. Lach doch nicht. Bitchficker. Ja, ich gebe zu, das war nicht gerade meine Glanzleistung, aber ich habe alles gegeben. Vielleicht spielen wir das Spiel irgendwann nochmal und vielleicht habe ich da bessere Chancen, wenn ich nicht zu viel trinke dabei. Es gibt aber auch andere Videos, da mache ich Daniel fertig. Zum Beispiel BattleBlog. Und zu dem Video gelangt ihr, wenn ihr hier in die Mitte klickt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den weiteren Let's Plays auf meinem Kanal. Oder wenn ihr weiterhin so Videos sehen wollt, müsst ihr Samstag wieder einschalten, denn da lade ich immer ein Video hoch, das damals auf dem Zocknudelkanal erschienen ist. Und Daniel lädt die Videos immer Freitags hoch. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nach,enen, Egalwas, macht's gut. Tschüss. Joost, alles klar! Ciao!